Musik Dieses Wochenende wandern wir über die Affenzer Staritzen und besuchen den Wallfahrtsort Mariazell. Auf der Seebergalm finden wir ein ruhiges Plätzchen, um zu übernachten. Am nächsten Morgen treibt der Südfön den Nebel über den Seeberg am Fuße der Staritzen. Musik Im Westen taucht das mächtige Hochschwabmassiv auf. Nach rund 500 Höhenmetern ist das Gipfelkreuz auf der Seeleiten erreicht. Musik 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 Für uns geht es weiter zum Staritzen Ostgipfel, den Kuckuckstein hinunter zur Leitenalm und wieder zurück. Die Übernachtung am Seebergsattel war sehr angenehm und auch ausgesprochen ruhig. Musik Das nahegelegene Mariazell begrüßt uns mit herrlichem Sonnenschein. Musik Die Basilika von Mariazell ist der bedeutendste Wallfahrtsort in Österreich und einer der wichtigsten in Europa. Musik 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 In der Schatzkammer der Basilika kamen so manche wertvolle Kleinode bewundern. Musik 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 Zum Abschluss unseres Mariazell Besuchs wird sogar noch unser Auto gesegnet. Musik 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 Ich bin sehr glücklich, Gott meint. Ich bin sehr glücklich.